Züchter und Pferdefreunde aus dem ganzen Land kommen zusammen. Und besonders die Züchter, die hier eine Art Heerschau halten können über das, was ihnen auf den Deckstellen im Lande für ihre Stuten in der bäuerlichen Zucht zur Verfügung steht. Die Gehorsamsprobe der dreijährigen Hengste. Alles hinlegen, der Arzt kommt. So vertraut und zutraulich sind schon die jungen Hengste des Gestüts. Aufstehen. Die Zeller-Hengste-Parade ist ja nicht nur ein Überblick über die Leistungen und die Vielseitigkeit, sondern auch über den Charakter des hannoverschen Pferdes. Die Herbstsonne liegt über den Massen, die sich um den Platz drängen. Und nun zeigen sich die Hannoveraner, wie sie in ihrer täglichen Arbeit gebraucht werden. In schwerstem Zuge. Welche Lasten schleppen diese Pferde? Das ist schon kein Strohwagen mehr, das ist ein wahres Eckhaus. Das ist schon kein Strohwagen mehr, das ist ein wahres Eckhaus.